Die Entstehung der Menschheit, da möchten wir anfangen. Thomas, möchtest du irgendwas dazu sagen? Geschichte der Menschheit oder die Entstehung der Menschheit? Ja. Ja, was mir am wichtigsten ist, zuallererst wäre, also wenn man über die Geschichte der Menschheit redet oder überhaupt, wenn man mit Leuten redet und schon mal von der Vergangenheit redet oder solche Begriffe nennt wie früher oder damals, ich sage das mal so ein bisschen salopp, die meisten Leute denken dann irgendwie an 1920 oder vielleicht an Uromas Zeiten, vielleicht sogar noch ans vermeintlich dunkle Mittelalter. Aber die Geschichte der Menschheit ist natürlich viel, viel länger und dauert viel länger an. Den Menschen gibt es seit knapp drei Millionen Jahren. Und ich bin der Meinung, dass man diese Geschichte der Menschheit kennen sollte, um sich selbst verstehen zu können als Individuum, aber auch als Gesellschaft und Kultur. Um sich selbst in der Gegenwart verorten zu können, muss man die Vergangenheit kennen. Ja, also und ganz viele Leute wissen gar nicht, wie die Geschichte der Menschheit überhaupt abgelaufen ist und was da so alles Mögliche passiert ist. Mir kommt das immer so vor, als würde man aus seiner eigenen Biografie irgendwie einen Großteil rausstreichen und so ein bisschen ignorant sagen, das interessiert mich gar nicht, das ist doch alles schon ewig her. Aber wenn wir aus unserer eigenen persönlichen Biografie den größten Teil rausstreichen würden, hätten wir keine Identität. Dann wüssten wir gar nicht, wer wir sind. Und deswegen, finde ich, sollte man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, wo wir eigentlich herkommen, mindestens um zu wissen, wo wir heute stehen und warum wir da stehen, wo wir stehen. Und idealerweise kann man daraus auch noch ableiten, wie es bestenfalls weitergeht. Und vielleicht kann man auch ein paar Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, vermeiden. Das ist ein guter Ansatz. Christopher. Ja, Geschichte der Menschheit. Ich denke da, ich habe natürlich sofort auch an Entstehung der Menschheit gedacht. Und als wir uns darüber unterhalten hatten, wie die Griechen sich das vorgestellt haben, wie die Menschen entstanden sind. Und ja, klar, diese mythische Dimension dieser Fragestellung darf man natürlich auch nicht vergessen. Denn wir wissen ja, wir können eigentlich gar nicht von Geschichte sprechen in einem herkömmlichen Sinne, dass man irgendwie welche Quellen hätte, die man nachschlagen könnte, sondern da tauchen wir natürlich auch in Bereiche ein, die wir nur ableiten können aus Funden maximal. Da spielt die Archäologie natürlich eine große Rolle. Aber meines Erachtens auch neben diesen harten Wissenschaften, ich sage jetzt mal im Verhältnis zu dem, was ich gleich sagen werde, harte Wissenschaften auch, es gibt ja Wissenschaftler, die finden auch, dass die Archäologie keine harte Wissenschaft ist, aber es ist ein Knochenjob zumindest. Und ich denke aber, es gibt eben noch die andere Dimension, die uns vielleicht auch mehr in die Geisteswelt der damaligen Zeiten zurückführt, über die wir eigentlich gar nicht viel wissen können. Wenn ich zum Beispiel an Städten bin, bin ja als Reiseleiter unterwegs und wir besuchen eben so Städten wie Stonehenge oder andere Relikte einer, sagen wir mal, untergegangenen Kultur, dann ist es für die meisten immer schwer vorstellbar, wie waren die Menschen eigentlich damals? Also wir haben sie gedacht, wir haben sie gefühlt. Wir können das aus ihren Relikten nur bedingt ableiten. Aber ich sage dann immer, unsere Vorstellung zum Beispiel von Steinzeit, und das hat sich zwar Gott sei Dank in den letzten Jahrzehnten gebessert, aber als ich noch zur Schule gegangen bin, war Steinzeit, das waren mit Fell bekleidete Leute, die in Höhlen gelebt haben. Heute wissen wir, dass das keinesfalls der Fall war, zumindest nicht, wenn wir von den späteren Epochen der Steinzeit sprechen. Aber das hat sich Gott sei Dank gebessert. Aber gleichzeitig wissen wir, dass die Leute so physiognomisch gar nicht so groß unterschiedlich waren, wie wir heute. Und ich nehme einfach mal an, dass sie deswegen dieselben Fähigkeiten und Kapazitäten der intellektuellen und emotionalen Qualitäten hatte, wie wir heute. Wir mögen uns heute klüger vorkommen, wir mögen gescheiter sein, wir mögen mehr wissen. Aber ob wir wirklich mehr vom Leben verstanden haben, als die Menschen damals, das weiß ich, das kann ich nur spekulieren, aber ich vermute mal, da ist unser Berührungspunkt. Also das ist keine so weit zurückliegende Zeit. Und unser Gehirn, man muss mich korrigieren, wenn ich hier Blödsinn rede, aber unser Gehirn ist ja so aufgebaut, dass auch die allerältesten Schichten der Evolution noch darin enthalten sind. Und ich glaube, dass wir an diese Schichten auch zurück anknüpfen können. Und dass zum Beispiel die Begegnungen mit so Plätzen wie Stonehenge, die aus der Vergangenheit, aus einer sehr, sehr fernen Vergangenheit kommen, uns gleichzeitig auch wieder eine Erinnerung schenken daran, wie die Menschheit vielleicht mal begonnen hat. Also das ist nicht etwas nur, will ich damit sagen, ein fernes Studium, sondern es ist auch etwas, was man sehr lebendig erfahren kann. Rein körperlich haben wir uns seit 300.000 Jahren nicht weiterentwickelt. Der anatomisch moderne Mensch, der sogenannte Homo sapiens, also das ist der anatomisch moderne Mensch. Und seit 300.000 Jahren haben wir uns körperlich nicht verändert, aber wir haben uns, das wird wahrscheinlich jeder so nachvollziehen können, geistig doch auf jeden Fall irgendwie weiterentwickelt. Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Evolution ist in erster Linie Evolution des Bewusstseins und Evolution des Geistes. Ich meine, wir haben genetische Übereinstimmung zu 98 Prozent mit dem Menschenaffen. Also rein materiell und physiognomisch gesehen sind wir in dem Sinne Affen. Aber geistig unterscheiden wir uns da wahrscheinlich doch ein bisschen von. Und was Christopher gerade angesprochen hat, sind interessante Punkte. Also für mich ist der wichtigste Punkt, der Mensch ist eigentlich ein Naturmensch, immer gewesen und wir sind 100 Prozent Naturprodukt. Aber was die Leute häufig vergessen, da wir ja jetzt in so einer Superzivilisation leben und alle in diesen Städten leben und nach der industriellen Revolution und jetzt sogar in der digitalen Revolution leben. Ich greife die Zahl nochmal auf. Der Mensch hat drei Millionen Jahre lang in und mit der Natur gelebt. Und dass wir in Städten leben und uns so von der Natur ja auch abkapseln, das ist ein Phänomen, das gibt es vielleicht seit 300 Jahren. Also hier stehen drei Millionen Jahre Naturmensch im Gegensatz zu 300 Jahren Stadtmensch. Wir haben 99,99 Prozent unserer Zeit in der Natur gelebt. Und das ist das, was uns eigentlich prägt. Und eigentlich das, was wir als Menschen auch ein bisschen mehr beachten und beherzen sollten. Heute leben wir in einer anderen Zeit, in der wir die Natur eigentlich zerstören in erster Linie. Aber die Natur ist unser Zuhause. Da kommen wir her und da gehören wir eigentlich auch hin. Jetzt könnte man mythologisch schon von Mutter Natur und so weiter anfangen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Um 1800 haben fast alle Leute noch auf dem Dorf, also auf dem Land, irgendwie in der Natur gelebt. Und heute ist das alles ganz anders. Diese Städte-Explosion, wir leben alle in Megametropolen. Und um Nietzsche zu zitieren, wir sind der verlorene Sohn der Natur. Wir sind aus dem Naturzusammenhang irgendwie herausgetreten. Und ich behaupte tatsächlich, und dafür muss man auch, das ist eigentlich sehr einfach zu erkennen, dass die meisten Probleme, die wir heute in unserer Zivilisation haben, daher rühren, dass wir die Natur eher, dass wir die Verdinglichen und der so ein bisschen feindlich gegenüber treten. Ich glaube, das ist das Kernproblem unserer Zeit. Du hast gesagt, wir haben in, entschuldige bitte, du hast gesagt, seit 300 Jahren ungefähr leben wir erst in großen modernen Städten. Und was wir in 300, in drei Millionen Jahren Natur gelernt haben, das haben wir in relativ kurzer Zeit eigentlich wieder alles über den Haufen geworfen, finde ich. Also, wer ist denn noch intensiv bei der Natur? Fast niemand. Finde ich auch immer ganz schlimm. Ja, und ich weiß nicht, ob wir heute mehr Wissen haben, als die Leute damals Wissen hatten. Das ist immer so ein, das habe ich auch in einem anderen Gespräch schon mal gesagt, so eine Überheblichkeit, als wüssten wir heute immer alles. Wir sind irgendwie dann die Krone der Schöpfung auf einmal und alle Leute vor uns waren immer dumm. Und diese Naturmenschen, und das sind alle Menschen, die vor uns gelebt haben eigentlich, die bezeichnen wir schlimmstenfalls sogar noch als primitiv. Mal gucken, wo dieses Gespräch hier heute hinführen wird. Und meine These, für die ich mich ganz stark mache, ist, dass diese Leute keine Primitiven waren, sondern ganz im Gegenteil Philosophen waren und viel mehr Philosophen waren als wir modernen Leute heute. Also, es ist ein bisschen... Es gibt ja noch Naturvölker, die für mancher empfinden, primitiv leben. Die sind in meinen Augen auch nicht primitiv. Aber was heißt primitiv? Ich finde es primitiv, wenn ein Lebenbewesen seine eigene Lebensgrundlage zerstört, so wie wir das heute tun. Und die Naturvölker leben im Naturzusammenhang, zerstören nicht ihre Lebensgrundlage und jagen nur das, was sie auch tatsächlich verzehren, wohingegen wir Massentierhaltung haben und die Hälfte der Tiere, die wir da foltern und dann schlachten, auch noch wegschmeißen. Also, ich finde das ziemlich... Das finde ich ziemlich primitiv. Das ist auch ziemlich primitiv in meinen Augen. Ja, es ist natürlich eine Frage der Bewertung. Ich denke mal, dass wir vielleicht auch so Begriffe wie Naturvölker finde ich auch schwierig. Aber ich würde sagen, auf der einen Seite klar, man könnte natürlich jetzt sehr kulturpessimistisch sein und ich sehe es ein bisschen anders noch. Ich denke, für mich ist es so, diese Anbindung an die Vergangenheit, ich glaube nicht, dass wir sie wirklich verloren haben, weil die Zeit, die, wie du ja schon sagst, Thomas, so 300 Jahre stehen gegenüber zig Millionen Jahren oder Hunderttausende von Jahren, in denen wir geprägt sind, ich glaube nicht, dass 300 Jahre das so ohne weiteres auslöschen. Das ist eher vielleicht wie eine Maskerade momentan. Es ist wie etwas, was wir wie eine Schminke aufgelegt haben und glauben, nun sehen wir anders aus. Aber diese Schminke ist ziemlich schnell ab, denn die ganzen Ängste und alles, was so unterwegs ist, die Abhängigkeit von der Natur, von dem, was da um uns herum passiert, diese mangelnde Kontrolle, die wir eigentlich haben über die Natur, das ereilt uns immer wieder. Nicht zuletzt jetzt in diesen Zeiten, ich glaube, ich brauche das C-Wort nicht zu erwähnen, aber genauso gut, wenn ein Vulkanausbruch stattfindet, wie auf den Kanarischen Inseln. Es ist ganz schnell die Grenze erreicht, wo wir merken, wir haben es eben nicht im Griff. Und ich glaube, dass die Leute heute, warum fühlen sich so viele Leute auch angesprochen von diesen Themen? Ich meine, wir machen jetzt viel auch zu den Rauhnächten zum Beispiel, wir arbeiten viel mit Mythen. Warum fühlen sich die Leute so angesprochen davon? Weil es sie an etwas erinnert, das nie verloren gegangen ist. Und weil sie dadurch sozusagen an ein Bewusstsein anknüpfen, das nie verschwunden ist, das eigentlich nur übertüncht wurde. Und zwar ziemlich schlecht. Wenn wir jetzt so schauen, wir stehen ja kurz vor den Rauhnächten. Also wir sind, oder manche sagen, wir sind schon drin, einige sagen, wir stehen davor. Die Zeit, wenn es so dunkel geworden ist draußen, was machen wir? Wir machen überall erst mal die Lichter an. Das ist in der Zeit, von der du sprachst, Thomas, als die Menschen auf dem Land gesprochen haben und kein elektrisches Licht, keine Heizung hatten, nichts. Für die war diese Zeit ein deutliches Signal dafür, wie stark die Natur ist und wie sehr man von der Natur abhängig ist. Wer jetzt nicht vorgesorgt hatte, der hat den Winter nicht überlebt. So einfach war das. Oder wenn jemand, man hat auch nicht mehr gearbeitet. Das ist nichts, weil es zu dunkel war. Man konnte jetzt nicht mehr arbeiten. Heute Nacht zum Beispiel, wir haben ja die Lucidennacht heute Nacht, hier beginnt der Tradition nach diesen Sperrnächten. die Dunkelnächte beginnen, die Nächte, in denen man nichts mehr tut, sondern alles aufräumt. Aber nicht nur einfach aus irgendeinem esoterischen Grund, sondern einfach, weil das Licht nicht mehr ausgereicht hat, um in den Stuben zu arbeiten. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Leute hätten jetzt überall Kerzen angezündet, das war viel zu teuer. Also man hat diese Zeit eigentlich zwangsläufig im Inneren verbracht. Es war draußen zu kalt. Ums Feuer herum verbracht und hat sich angefangen, Geschichten zu erzählen vielleicht. Es war eine harte Zeit, aber es war auch die Zeit, der Blütezeit der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen immer noch fasziniert. Sie suchen es, das, was darin verschlüsselt ist. Also ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben, in den 300 Jahren dieses Bewusstsein auszurotten. Das ist, wie gesagt, einfach nur übertüncht. Und es ist kommerzialisiert worden. Ich muss ganz kurz, ja, ich stimme voll und ganz zu. Ich meine, warum interessieren sich die Leute heute in Massen für, von mir aus Harry Potter oder für Herr der Ringe, da wird eine Sehnsucht offenbar, die der Mensch hat, eine Sehnsucht nach dem Magischen, nach dem Numinosen, nach dem Mystischen, weil es im Menschen angelegt ist, weil es Teil des menschlichen Wesens ist und vielleicht sogar einen bedeutenden und sehr großen Teil des menschlichen Wesens ausmacht. Der Mensch hat Verlangen nach mystischen Erfahrungen. Es ist Teil der Existenz. Und viele Leute stoßen sich ja heutzutage an den Begriff Religion oder sagen, das ist alles irgendwie Aberglaube und Blödsinn. Wenn Religion Blödsinn wäre, dann hätte die Evolution das schon längst ausgetilgt. Ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis und prägt die Existenz des Menschen mit. Und ich muss eine Sache, die muss ich einmal kurz anmerken, weil Christopher gesagt hat, der Begriff Natur, Mensch oder Naturvolk oder was das war, da kannst du nicht so ganz viel mit anfangen. Kann ich auch, verstehe ich, also ich kenne auch diese Diskussion um den Begriff herum, den benutzt man heute nicht mehr so gerne. Ich liebe diesen Begriff, ich benutze ihn bewusst. Der Begriff stammt von Johann Gottfried Herder, einem Menschen, den ich nahezu verehre, ein unglaublich kluger Mann, Mentor von Goethe. Der hat diese Begriffe eingeführt und diese Begriffe sind nicht abwertend gemeint. Naturvolk, Naturmensch sind keine abwertenden Begriffe, ganz im Gegenteil. Herder hat sie aufwertend gemeint und hat dem zivilisierten und nach seinem Dafürhalten überzivilisierten, auch verbildeten Menschen, den reinen Naturmenschen sozusagen als den edlen Wilden gegenübergestellt. Man kann sich über den Begriff gerne streiten. Ich liebe diesen Begriff. Ich glaube, er trifft am Ende den Nagel auf den Kopf. Aber ich bin auch Pantheist und für mich ist Natur sowieso immer so ein Adelstitel. Ja, aber da kommt es natürlich aus einer speziellen Denkrichtung. Also ich finde den Begriff Naturvolk jetzt nicht abwertend. Warum ich immer ein bisschen so zögere ist, weil man ihn gerne im Kontrast setzt zu uns, die wir hier so leben. Und ich denke, das ist das, was ich meinte. Am Ende sind wir alle Naturmenschen. Wir entkommen der Natur nicht. So sehr wir uns auch bemühen und davon eilen wollen, die Natur ist immer schneller als wir. Spätestens wenn wir ins Grab steigen, hat die Natur gesiegt. Und deswegen glaube ich, ist so eine Differenzierung, da sehe ich eine Schwierigkeit. Nicht, weil ich das aus irgendeinem anderen Grund jetzt als abwertend erlebe. Also ich würde eher sagen, wir sind, ich finde auch, wir sind ja eigentlich bei der Geschichte der Menschheit. Aber trotzdem, da sind zwei Punkte, die da wichtig sind. Und zwar, mein Eindruck ist, das kann nur ein Eindruck sein, ja, weil ich, ich habe nicht vor hunderten, tausenden Jahren gelebt. Ich weiß nicht, was war, was dort war. Wir können es nur erschließen. Aber mein Eindruck ist, aus all dem, was ich weiß, dass die Menschen damals diese, dieses mystische, diese mystische Dimension viel verankerter in ihrem Alltag hatten und in ihrem Leben trugen, es für sie viel selbstverständlicher war, dass die Dinge so sind, wie sie sich ihnen darstellen, aus einer mystischen Perspektive. und dass bei uns diese Spaltung, in was der Verstand und die Vernunft gebietet, Vorsicht, bei den Begriffen natürlich auch nochmal, Vernunft finde ich nicht schlecht, es ist etwas ganz Zentrales und Wichtiges, wie ich finde, aber dass diese Spaltung in das, was man dann Aberglaube nennt und mystische Erfahrungen so betitelt, dass das ist auch noch nicht so lange her. Also das ist jetzt nicht etwas, was was meines Erachtens im Vergleich zur Geschichte der Menschheit jetzt prägend für das Menschenbild geworden ist, sondern es ist alles nur unter der Oberfläche und deswegen sind wir Naturmenschen unter der Oberfläche und das fehlt wirklich nicht viel, um das wieder hervorzuholen. Also das ist mein, das ist meine Meinung und mein Eindruck. Also es ist nicht so viel, das wir brauchen, um sozusagen ein bisschen dran zu reißen an der Haut, in die wir stecken und dann kommt etwas zum Vorschein, was völlig archaisch ist. Peter Dürr hat doch mal gesagt, die Geister und die Dämonen, die wir aus unserer Zivilisation versuchen auszuklammern, die schleichen sich durch den Keller und kommen wieder ein und kommen die Kellertreppe wieder hoch. Da kommt dann der Krampus, es kommen die Perchten, es kommt die blutige Lutz, es kommt Stammerl mit dem Hammer all diese Figuren, die keiner sehen will in der Glitzerwelt der Weihnachtszeit, die sind da und die Leute lieben es. Es ist unglaublich. Deswegen sage ich, es fehlt nicht viel und wir sind wieder der archaische Mensch. Dafür werden wir in unserem Gespräch hier auf jeden Fall heute sorgen. Da würde ich gerne was zu sagen, nämlich mir ist da direkt bei euren Worten sofort sind mir Bilder in den Kopf geschossen und ich habe gesehen, die Menschen, die gerne in die Berge fahren, die gerne ans Meer wollen, die den Drang haben, Erholungsurlaub in der Natur zu machen. Wir haben Pflanzen zu Hause, wir haben Gärten, also so ganz verloren haben wir das ja irgendwie nicht. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer wieder denke, so eigentlich zieht es uns immer wieder Richtung Natur, Pflanzen und ja, ich denke auch, dass das mehr werden wird statt weniger. Ja, wollen wir mal schauen. Ich bin in der Tat ein bisschen anders, glaube ich, als Christopher, so ein bisschen kulturpessimistisch. Ich sehe, dass es bergab geht. Ich auch. Ich will noch mal was aufgreifen. Ich verliere die Hoffnung nicht. Nein, die Hoffnung, die habe ich auch irgendwie noch und ich träume auch von schönen Sachen. Thomas, weil du vorhin gesagt hast, Filme wie Harry Potter oder Herr der Ringe wecken in einem die Sehnsucht nach magischem zum Beispiel. Ich glaube, sie sind Phänomen dieser Sehnsucht schon. Aber was du guckst einen Film wie Harry Potter oder der Großteil der Menschen, die gucken Filme wie Harry Potter, die finden das cool, aber ja, es weckt in dir die Sehnsucht nach irgendwas, aber du machst ja nichts draus. Wenn der Film aus ist, ist er aus. Was passiert dann, was passiert danach, wenn du so einen Film geguckt hast? Du sagst, ich glaube, jeder findet Magie geil. Das fasciniert einen seit der Kindheit. Als Kind habe ich Der Zauberer Merlin geguckt, diesen Disney-Film und fand es auch geil, wie er rumgezaubert hat oder Das letzte Einhorn, was weiß ich, geile Filme, aber danach sind die Filme aus und du machst weiter deinen Alltagstrott. Ja, auf jeden Fall. An dein iPhone oder gehst an dein... Ich meinte es auch ein bisschen andersrum. Also ich meinte das, weil wir im Leben nichts Magisches haben, deswegen gehen wir ins Kino und ziehen uns einen solchen Film rein, um dieses Loch in unserer Seele quasi mithilfe Hollywoods dann am Ende doch noch zu füllen. Aber vollkommen richtig, es bewirkt nichts. Es bringt uns wieder zurück zu irgendwelchen Ursprüngen und lässt uns nicht wieder... Es erinnert uns daran. Also gerade Herr der Ringe, ich finde das gut, ich mag... Tolkien ist einer der großen Märchenerzähler unserer Zeit. Das erinnert uns natürlich an alte archaische Zeiten und insbesondere natürlich an die germanische Mythologie und das germanische Weltbild. Das steckt da alles drin. Also das wäre jetzt noch ein anderes Gespräch, wie viel germanische Mythologie eigentlich in Herr der Ringe drinsteckt. Und Tolkien ist ja ein Mensch, der geradezu genial ist. Aber ich glaube, das wäre ein anderes Gespräch. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Ich auch nicht, aber guter Ansatz. Tolkien hat eigene Sprachen erfunden. Das ist ein Philologe, der ist wirklich genial. Also selbst in den Filmen, da reden die ja manchmal dieses Elbisch und so. Das ist eine Sprache, die eine eigene Grammatik hat. Das kann man sprechen. Das hat Tolkien erfunden. Eine echte eigene Sprache. Er hat das selbst erfunden. Da gibt es echt auch Wörterbücher. Also kann man das wirklich lernen? Hat er das mal so rausgebracht? Ein Wörterbuch zum Lernen? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Das weiß ich gar nicht, ob es von Langenscheid da irgendwie mittlerweile was gibt. Langenscheid, Elbisch, Elbisch. Elbisch-Deutsch. Elbisch-Deutsch gilt für Anfänger. Elbisch-Fränkisch. Ja, genau. Habt ihr eine Frage? Mein Problem ist, ich kann immer weitergehen. Also ich habe gerade keine Frage. Ich frausche. Christopher hat das am Anfang schon angesprochen. Also man kann die Geschichte der Menschheit auf verschiedene Arten und Weisen betrachten. Man könnte die Geschichte der Menschheit natürlich mythologisch betrachten. Das werden wir wahrscheinlich auch hauptsächlich tun, ins Sagenhafte gehen. Aber also die Geschichte der Menschheit lässt sich natürlich erst mal auch rein evolutionsbiologisch betrachten. Wir haben hier ein-, zweimal schon darüber gesprochen, dass es Kulturen gab, auf jeden Fall, die davon ausgehen, dass wir von Bäumen abstammen, zum Beispiel. Davon gehen wir heute natürlich nicht mehr aus. Aber gleichwohl sprechen wir noch vom Stammbaum der Menschheit. Dieses geistige Bild hat sich da eigentlich drin erhalten, finde ich. Aber damit, falls hier jetzt irgendwie Leute zuhören, die denken, wir glauben an, weiß ich auch nicht woran. Also ich gehe natürlich davon aus, dass wir Affen sind. Hochentwickelte Affen. Ich meine, man muss uns nur angucken. Also nicht auf jeden Fall. Ich finde, wir sehen im Gesicht ja, wir sind ja Affen. Oder die Hände. Ja, also man braucht ja sich nur einen Affen ansehen und uns ansehen. Also mal ganz ehrlich. Genau. Und der Mensch ist natürlich, ein bisschen salopp formuliert, ein Affe, der mal vom Baum gestiegen ist. Das war der Australopithecus. Das ist dann eben ein paar Millionen Jahre her. Das war ein superintelligenter Affe, einfach. Und der hat sich natürlich im Laufe der Millionen Jahre, hat das alles gedauert, hat sich dann zu dem entwickelt, was wir heute sind, über, also ich will jetzt nicht zu lange reden, aber über den Homo habilis. Also wir sind ja Homo. Wir sind Gattung Homo, das ist halt im Lateinischen Mensch. Daran macht man das fest. Deswegen rede ich auch von diesen Millionen Jahren. Das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern der Homo habilis hat sich vor, von mir aus drei Millionen Jahren oder so entwickelt. Das ist der geschickte Mensch. Der hat schon so Steinwerkzeuge hergestellt und so. Der lief übrigens auch schon aufrecht. Der älteste Fund ist aus Kenia, vom Rudolfsee. Und daraus hat sich dann über lange, lange Zeiträume der Homo erectus gebildet, der aufrechte Mensch. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil der Habilis auch schon aufrecht lief. Und der Homo erectus, von dem schwärme ich auch so ein bisschen, der ist für mich so ein faustischer Charakter, so ein bisschen Prometheus ist der, weil der Homo erectus ja auch das Feuer, nein, jetzt nicht erfunden hat, aber das Feuer zu beherrschen gelernt hat. Deswegen Prometheus hat den Menschen ja auch das Feuer gebracht. Bei uns war das in der evolutionsbiologischen Geschichte der Homo erectus und der hat den Faustkeil erfunden, so ein Stein, aus Feuerstein hergestelltes Universalwerkzeug, das Schweizer Taschenmesser der Steinzeit. Das hat er erfunden. Kleine Nebenbemerkung. Wenn ich den Faustkeil sehe, dann denke ich immer bis heute an den nepalesischen oder tibetischen Furba. Das ist so ein Geisterdolch, den die Schamanen in den Händen halten, der nur so 10, 20 Zentimeter groß ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Homo erectus mit dem mit dem Faustkeil auch schon nicht nur jetzt Tierfälle aufgeschnitzt hat, sondern damit womöglich auch magische Riten vollzogen hat. Ist aber eine Theorie. Aus dem Homo erectus schließlich, oder ich meine, das ist ein faustischer Charakter. Der Homo erectus ist derjenige, der die Welt entdeckt hat. Der ist der erste Mensch, der aus Afrika rausgewandert ist und nach Europa eingewandert ist. Da lebte kein Mensch vorher. Der ist so ein richtiger Pionier, so ein richtiger Entdecker. Der wollte wissen, was verdammt noch mal los ist auf dieser Welt. Ein echter Philosoph, der ist bis nach Asien gelaufen. Mutig. Auf jeden Fall. Todesmutig. Tollkühn geradezu und für mich irgendwie ein echter Held. Daraus hat sich dann der Homo sapiens nachher entwickelt, der wir dann später geworden sind. Da gibt es noch mehr Stufen, die man einbauen könnte. Aber nur um einmal klarzumachen, das ist die evolutionsbiologische oder auch kulturanthropologische Ansicht. Und es gibt ja bis heute Leute, vor allem dann in esoterischen Kreisen, die glauben, dass wir irgendwie von Sonnenstrahlen abstammen und so. Also im Mythischen kann man das vielleicht alles so verstehen oder auf symbolischer Ebene. aber naja, am Ende sind wir Affen. Beziehungsweise es gibt so eine... Adam und Eva, ne? Adam und Eva gibt es auch oder aus Lehm. Das gibt es in verschiedenen Schöpfungsmythen. Im Indischen gibt es so eine Wendung, Redewendung oder so eine Formel. Der Mensch ist zu zwei Drittel Affe und zu einem Drittel Gott. Und das verstehe ich irgendwie so ein bisschen, weil wir Affen sind, rein körperlich eben schon gesagt, 98 Prozent, aber ein Drittel Gott, weil wir diesen Geist haben und diese Vernunft oder eigentlich geistige Kapazität haben und ja Erkenntnis haben können, die, das behaupte ich mal, ein Tier so nicht haben kann. Also ich weiß nicht, ob der Wurm seine Erleuchtung hat. Aber wir haben das. Aber nichts gegen den Wurm. Ich bin ein großer Tierfreund und so. Wir können es nicht wissen, sagen wir einfach mal so. Wir können es nicht wissen, ja. Die Wurmerleuchtung ist vielleicht deutlich anders als die menschliche Erleuchtung, aber es mag sie geben. Mir ist zum Affen noch was eingefallen, weil wir natürlich in der Moderne dieses Bild haben, der Mensch stammt vom Affen ab. Das war ja damals, als die Thesen zuerst mal so überhaupt ein Schwange, war ein Riesenaufschrei. Eigentlich ist das Bild, das wir vom Affen haben, geprägt von unserer Sprache. Du machst dich zum Affen oder etwas nach Äffen. Da steckt das alles drin. Aber ich kenne Bilder aus der, es dürfte Renaissance oder frühes Barock sein, in denen sehen wir auf alchemistischen Bildern den Affen im Zentrum der Welt. Und das heißt, man hat dem Affen durchaus auch eine andere Dimension zugebilligt. Ich denke auch an die ägyptische Mythologie. Dort ist der Gott mit dem Affenkopf, das ist der Gott der Weisheit und der Schriftgelehrten. Also die Idee, dass der Affe irgendwie töricht sei oder gar dumm, ist eher ein modernes Bild, glaube ich. Und dass wir vielleicht vom Affen abstammen, adelt uns oder veredelt uns vielleicht sogar aus einer anderen Perspektive. Oder Hanuman im Indischen. Also ich meinte das nicht abwerten. Ich mag Affen. Ich rede jetzt auch mehr über die Vorstellung, wenn man sagt, wir sind eigentlich, und dann würde man vielleicht sagen, nur Affen. Aber wir sind eben eigentlich auch Affen. Und ich denke, dass da vielleicht sogar noch eine andere Qualität dahinter steckt. Deswegen sage ich, also für mich sind, also Affen waren immer schon heilige Tiere. Und dass wir heutzutage so ein komisches Bild haben, geht auf eine Diskussion zurück, die vielleicht aus dem 19. Jahrhundert stammt. Aber da ist mir eben nur spontan dieses Bild eingefallen, wo man eben diesen Affen im Zentrum des Universums sieht, sitzen sieht, und das ist eben schon 16. Jahrhundert. Also finde ich einfach interessant, wie sich da unser Bild auch geändert hat. Ich glaube, dass wir Tiere, zum Beispiel Affen, irgendwie so ein bisschen abwertend sehen, ist Teil, wir haben eben darüber gesprochen, unserer Distanzierung von der Natur. Tiere sind total primitiv. Wir haben ja gerade selber über den Wurm lustig gemacht. Also wenn ich einen Regenwurm auf der Straße sehe übrigens, dann helfe ich dem. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Phänomen unserer, naja, ein bisschen Abwertung der Natur. Und ich als, ich weiß nicht, also ich als Animist, ich verehre die Tiere, also ganz wichtig. Ich glaube, dass der Affe ein bisschen abgewertet ist, das ist, glaube ich, auch seitdem wir Tiere einsperren und unsere Belustigung vorführen. Der macht ja lustige Dinge, der Affe. Das wäre, jetzt können wir einen größeren Schritt machen, eigentlich kommt da noch ein ganz wichtiger Zwischenstritt, aber du sagst, seit wir Tiere einsperren und so, das hängt zusammen mit der Sesshaftwerdung des Menschen. Der Mensch, über den wir die ganze Zeit geredet haben, diese alten Homo erectus und ich weiß nicht was, das sind nomadische Leute gewesen, Jäger und Sammler, die den ganzen Tag rumgelaufen sind, ein bisschen vereinfacht gesagt. Und dann ist irgendwann, ich mache jetzt mal große Schritte, irgendwann was ganz Merkwürdiges passiert. Der Mensch läuft drei Millionen Jahre lang durch die Gegend oder zweieinhalb Millionen oder so, läuft durch die Gegend, lebt als Jäger und Sammler und auf einmal macht er sich, wird er sesshaft. Auf einmal setzt sich dieser Nomade hin. Das ist die sogenannte Neolithische Revolution vor 10.000, 12.000 Jahren vollzog sich diese Sesshaftwerdung, ging einher natürlich mit der Domestizierung der Tiere. Man hat Tiere eingesperrt und Feldwirtschaft betrieben. Das haben die Menschen vorher nicht gemacht. Und diese Neolithische Revolution, die Sesshaftwerdung, ist für mich immer noch eins als der ganz großen Menschheitsrätsel. Wir wissen nicht, warum das passiert ist. Warum läuft einer Millionen Jahre lang rum und dann setzt er sich auf einmal hin und ändert seine Lebensweise radikal? Meinst du, dass ein Sprung fehlt, den wir nicht kennen? Oder findest du es einfach nur komisch, dass es so passiert ist? du glaubst, dass ein Glied in der Kette fehlt? Es gibt schon Erklärungen dafür. Also das war auch das Ende der Eiszeit. Da haben sich die klimatischen Bedingungen einfach geändert. Aber es gab auch vorher schon Eiszeiten. Also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht erklären, wieso das gekommen ist. Es wird irgendwelche pragmatischen Vorteile bilden. Aber damit sind auch negative Sachen wieder in die Welt gekommen. Also sowas wie mein und dein, ich und du, mein Haus, dein Haus, mein Tier oder mein Feld und dein Tier und dein Feld so ein bisschen ein Konkurrenzgedanke ist wahrscheinlich mit der Sesshaftwerdung in die Welt gekommen. Das ist nicht meine Theorie, da gibt es Leute, die reden davon. Warum, weiß ich nicht. Meinst du, das gab es nicht schon? Die Hierarchien, es musste dann jemanden geben, der das Sagen hat. Es gab es wahrscheinlich vorher schon auch, als man noch nomadisch umhergezogen ist, hat man aber auch ein anderes Verhältnis zur Natur haben können. Denn man fühlte sich eher der Natur überlassen oder vertraute mehr auf die Natur. Wenn ich weitergezogen bin, nachdem ich die Ressourcen eines Ortes verbraucht habe, dann bin ich woanders hingezogen. Die Natur konnte sich hinter mir regenerieren. Wenn ich dann Jahre später an dieselbe Stelle wieder zurückgekehrt bin, war alles wieder neu. Die Natur hat es wieder gerichtet. So musste ich jetzt auf einmal anfangen zu arbeiten. Viele sehen ja zum Beispiel in der Geschichte von Kain und Abel so einen Anklang daraus. Warum wird Abel kein vorgezogen? Weil er Getreide und Pflanzen opfert und während er so Kain ein Tier opfern möchte. Da sieht man oft einen Zusammenhang zwischen dem nomadischen Umherziehen und zwischen der Sesshaftwerdung. Es gibt so Anklinge auch in den Mythen, in den Mythologien. Ich denke, vielleicht ist es, vielleicht ist es wirkt, also wir sagen ja neolithische Revolution und da steckt ja so was Drastisches auch dahinter. Man hatte sofort das Bild von einem Tag auf den anderen. Natürlich ist es irgendwann mal geschehen, aber es hat sich dann auch über Jahrtausende und den Wellen über Europa erstreckt. Also es ist nicht so von einem Tag auf den anderen entstanden. Ich glaube, dass die klimatischen Veränderungen, das ist jetzt meine Überzeugung, die klimatische Veränderungen wichtig waren, die dazu führten, dass man einen Boden extensiver nutzen konnte und dass man das eben einfach auch entdeckte. Das auch der Entdeckergeist des Menschen eben festgestellt hat, dass ich bestimmte Gräser, die ich anbauen kann, dass diese bestimmten Gräser eine gute Nahrungsgrundlage sind, Ackerbau entsteht. Viele sagen zum Beispiel auch, dass die Entdeckung von Rauschmitteln damit zu tun hat. Das habe ich jüngst gelesen, ich weiß nicht, was davon zu halten ist, dass das Bier dort in dieser Zeit entstand, das ja nun aus Getreide gemacht werden muss und dass man das natürlich nur herstellen kann, wenn man an einem Ort sesshaft ist. Also die Entdeckung des Rausches könnte es gewesen sein, wobei ich muss dazu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen davor nicht Freude am Rausch gehabt haben. Die haben das wahrscheinlich auf einer anderen Ebene getan. Vielleicht brauchten sie es auch nicht, sie brauchten keine zusätzlichen Stimulantien, aber solche Ideen gibt es da auch. Also Neolithische Revolution ist sicherlich auch ein Prozess, der schon einen längeren Zeitraum hinweg ging. Bis der zum Beispiel in unseren Breiten ankam, da sind doch noch ein paar Hunderte und ja gar Tausende Jahre vergangen. Mehrere Tausend, genau. Aber trotzdem ein spannender Punkt, weil dadurch entstanden, also wir haben ja vorhin von Stonehenge geredet, wir haben von Hügelgräbern, haben wir zumindest an Klang zumindest angeredet. Das sind alles Entwicklungen, die erst in dieser Zeit überhaupt sinnvoll waren. Die Kreisgrabenanlagen, die wir in Mitteleuropa haben, die Kelten-Schanzen, Viereckschanzen, das ist zwar dann schon Eisenzeit, aber die stehen in einer langen, langen Tradition der Sesshaftwerdung, die wir jetzt hier in Bayern haben zum Beispiel. Also es gibt unglaublich viele Artefakte, die weltberühmt sind, die nur denkbar sind, weil es die Sesshaftwerdung gab. Von den Menschen davor gibt es noch viel, viel, viel weniger. Also du hast von den Faustkeilen gesprochen, solche Dinge finden wir. Aber vielleicht mal auch andere, also es gibt auch Stellen, wo man weiß, da gab es bestimmt mal eine nomadische Siedlung. Man muss sich auch nicht vorstellen, dass die nur unterbrochen unterwegs waren. Die haben schon auch ab und zu mal gesiedelt und haben dann vielleicht in Zelten gelebt. Aber sie sind einfach dann immer weitergewandert. Ich finde es super spannend, weil ich glaube auch, dass der Beginn dessen, was wir unter mystischen Erfahrungen in Gestalt einer Religion heute verstehen, dort in dieser Zeit geboren wurde. Also Mythen, Mythologien, so wie wir sie kennen. An der Stelle, zumindest was die letzten zwei Sätze angeht, muss ich ein bisschen gegenhalten. Ich glaube, dass das, was wir, du hast mystische Erfahrung, glaube ich, gerade gesagt, was wir Religion nennen und so, ist in der Essenz deutlich früher entstanden. Also wenn man da überhaupt auch von einer Entstehung sprechen kann. Also du hast natürlich recht, vor allem diese Artefakte und so weiter, die finden innerhalb der Zivilisationsgeschichte statt, also im Rahmen dieser 10.000 Jahre. Und wir haben unheimlich, ich meine, dann kommen die Hochkulturen, die auch, naja, tolle Sachen gebildet haben und tolle Kulturen gebildet haben, die uns interessieren und faszinieren. Aber Religion, also das religiöse Phänomen ist wahrscheinlich entstanden oder nachweisbar entstanden oder es liegt nachweisbar vor, vor 40.000 Jahren oder 40.000, 30.000 Jahren. Das ist nämlich die Entstehung in Anführungszeichen des, naja, Homo sapiens sapiens, der Cro-Magnon-Mensch, der eigentlich der moderne Mensch, der wir sind, der ist vor 40.000 Jahren entstanden und dieser Mensch unterscheidet sich von den Menschen davor, dadurch, dass er Kunst schafft. Ja, also vor 40.000 Jahren sind, können wir datieren, diese, diese Höhlenmalereien zum Beispiel und Höhlenkunst überhaupt oder die Kleinkunstwerke, die uns genauso faszinieren wie Stonehenge, mich zumindest, der Löwenmensch zum Beispiel oder diese Venus-Figurinen. Das hat ein Mensch geschaffen, der vor 40.000 Jahren lebte und alle diese Künste und Kunstwerke, die er da kreiert hat, deuten auf einen religiösen Hintergrund, insbesondere natürlich den Schamanismus betreffend. Auf den Höhlen sind Menschen abgebildet, die sich in Tierfälle kleiden. Das sind Schamanen, auch der Löwenmensch selbst, dieses Kleinkunstwerk, wird ein Schamane sein. Und das ist für mich das erste Mal, dass wir in der Geschichte so etwas wie Religion wirklich ganz eindeutig greifbar haben. Übrigens schließe ich mich deswegen auch Iliade an, der den Schamanismus als die Urreligion bezeichnet. Historisch würde ich das so sehen. Also erste religiöse Regung des Menschen vor 40.000 Jahren. Wobei der Neandertaler ja schon vor 60.000 Jahren oder so seine verstorbenen Mitleute beerdigt hat, bestattet hat und auch Grabbeigaben mitgegeben hat, was darauf schließen lässt, dass der so eine Jenseitsvorstellung hatte, womöglich eine metaphysische Vorstellung schon hatte, die wir ja auf jeden Fall dem Mystischen und auf jeden Fall dem Religiösen zuordnen können. Ja, man muss vielleicht noch vorausschicken, was Religion dann sei. Für mich, also da gibt es sicherlich eine kluge Definition davon. Wenn ich von Religion spreche, meine ich, also ich weiß die Urreligion, Schamanismus, aber ich finde da den Begriff Religion für mich nicht so passend. Ich verbinde mit Religion tatsächlich eher so etwas wie ein, ein, die, die Gemeinschaft zusammenhaltendes Wertegebäude. Das ist für mich eng mit Religion verbunden. Ich denke jetzt eher an etwas, was wir im Modernen wie eine Kirche betrachten könnten, etwas wie eine Religion, wie antike Mysterien, Kulte, etwas in dieser Art, die auch gesellschaft und sinnstiftend sind. Ich weiß nicht, inwieweit du was dazu sagen kannst, ob tatsächlich die Höhlenmalereien schon ein Hinweis auf eine gesellschaftsbildende Funktion von Religion sein können oder ob wir nicht ausschließen können, dass das wirklich nur ganz wenige gemacht haben, die vielleicht über dieses Wissen verfügten und das gar nicht weitergegeben wurde an die Menschen und nicht genutzt wurde, um zum Beispiel Menschen auch in einer Gemeinschaft zu halten. Das weiß ich jetzt nicht. Ich möchte an der Stelle auf meine Frau verweisen, Nicole Höfgen, die forscht zu diesen Höhlenmalereien unter anderem. Sie ist Religionswissenschaftlerin und würde sich wahrscheinlich mit Vehemenz jetzt wehren zu diesem Religionsbegriff. Du hast jetzt im Grunde Religion mit institutionalisierter Religion gleichgesetzt, ist auch Gang und Gäbe, kann ich auch nachvollziehen. Da muss man sich, also es wäre eine Streitfrage. Ich würde wahrscheinlich auch und meine Frau würde auf jeden Fall sagen, diese archaischen Formen, das sind Religionen, es sind nur keine institutionalisierten Religionen, geschweige denn irgendwelche Kirchen. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich am Ende Wortglauberei. Deswegen sage ich, man muss es vielleicht einfach mal definieren, jeder besitzte ja bei Wörtern, die fallen immer eigene Ideen dazu und das, da wir ja nicht in einem wissenschaftlichen Diskurs sind oder nur in Streifen, ist es vielleicht ganz gut einfach mal zu erklären, was verstehe ich denn dann darunter, weil tatsächlich Religion kein Begriff ist, glaube ich, den man so allgemeingültig definieren kann, muss man vorher einfach klären. Klar, ist das klar. Es gibt ja Leute, die übersetzen, Religion leiten das ab von religare, das heißt wiederverbinden, das finde ich sehr schön, ob das jetzt die einzig wahre Etymologie ist, weiß ich nicht, aber die Wiederverbindung, religare Religion als Wiederverbindung und das wäre, so interpretiere ich das, das ist die Wiederverbindung mit der Natur. Wo kommt dieser Begriff her? Religare ist ein lateinischer Begriff, das Problem mit dem Begriff ist, dass der glaube ich erst, dass der nachchristlich geprägt wurde, ich glaube sogar von irgendeinem Kirchentypen, ob das jetzt die wahre Wortherkunft ist, man weiß das bei dem Begriff nicht so ganz. Ich möchte kurz noch mal was auffassen, was du vorhin gesagt hast, schon vor einer Weile, bevor es zu weit weg rückt. Du hast über den Homo erectus gesprochen und gemeint, dass er mit seinem Faustkeil vermutlich schon magische Riten vollzogen hat. Du sagst, es gibt aber keine Belege, vermutlich, es sind Theorien, aber wie kommt man auf die Theorien? Auf die Theorie bin ich gekommen, weil sich diese Sachen, die ich da beschrieben habe, nämlich der Fuhrbar, dieses Schamanenwerkzeug und der Faustkeil einfach optisch ähneln. Ich suche, wenn ich irgendwie irgendwelche Darstellungen sehe aus, oder archäologische Darstellungen oder so, dann gucke ich natürlich, versuche ich sofort zu verbinden mit Dingen, die mir schon bekannt sind. Und ich stelle immer wieder fest, also in der Steinzeit haben wir das, oder im Slawischen kenne ich das auch, dass irgendwie religiöse Figuren, die dargestellt sind, irgendein kleines Werkzeug in der Hand haben. Und bei den Schamanen ist das der Zauberdolch, mit dem die, wenn die in Trance sind, Dämonen attackieren. Naja, und dieser Homo erectus hatte den Faustkeil in Anführungszeichen den ganzen Tag in der Hand. Und das ist eine Theorie und ich kann sie nicht belegen, auf jeden Fall. Aber auch, oder vielleicht sogar gerade der Homo erectus, die werden, das vermute ich, auch in einem animistischen, schamanischen Weltbild gelebt haben. In welchem denn sonst? Die werden nicht in einem abstrakt-rationalen Weltbild gelebt haben. Und der Faustkeil bietet sich da einfach an. Im Übrigen habe ich mal so einen Faustkeil rekonstruiert, natürlich erworben für Geld. Und als ich den in meinen Händen hatte, da habe ich schon irgendwie starke archaische Kräfte in mir gespürt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mit jemandem mal gesprochen, über ein anderes Thema und was das hier ein bisschen so anstreift und er meinte, wenn so ein früher Mensch ein Tier oder irgendwas getötet hat, das allein ist ja schon sowas wie ein magischer Ritus. Jemanden, jemanden anderen Lebewesen, also für die waren die Lebewesen, weiß nicht, ob die mehr bedeutet haben als uns. Für uns sind die Tiere ja leider wegwerfbare geworden, muss man sagen. Vielleicht, war ein Tier früher einfach heiliger. Eine Theorie geht dahin, dass die Menschen, zum Beispiel in der Steinzeit, die ja Jäger waren, bevor sie jagen gegangen sind, den Herrn der Tiere angerufen haben, also irgendwie das oberste Geistwesen der Tiere oder den Geist der Tiere selbst und im Grunde gefragt haben, ob sie am nächsten Tag oder so rausgehen dürfen, jagen gehen dürfen und ein, zwei, vielleicht drei von diesen Tieren, von den Kindern des Herrn der Tiere töten dürfen. Das sind so jagdmagische Zusammenhänge. Auch das weiß man natürlich nicht, weil man nicht dabei war, aber das sind Überlegungen, die wir, also warum überlegt man sowas? Weil Naturvölker sowas Ähnliches immer noch tun. Die fragen, der Schamane versetzt sich in Trance oder in Ekstase und fragt den Tiergeist, ob die Jäger des Stammes jetzt jagen gehen dürfen und ein Tier töten dürfen, weil, Stichwort Totemismus, der Stamm ja wahrscheinlich oder womöglich mit diesen Tieren sogar verwandt ist. Die Tiere sind Verwandte im Totemismus. Das heißt, es ist natürlich eine grausame Tat, dieses Tier zu töten, weil ich damit ja auch einen Vorfahren oder einen Verwandten töte. Deswegen gab es diese vielen jagdmagischen Kulte. Man hat das nie auf die leichte Schulter genommen. Es gibt ja bei Jägern bis heute, ich meine, ich würde nicht den steinzeitlichen Jäger mit heute irgendwie einem, der da aus Spaß durch den Wald schießt, vergleichen. Aber wenn man Reh heute geschossen hat und so ein bisschen Ethik noch hat, dann tut man dem doch auch so ein letztes Blatt oder ein Stück Tanne oder Fichte in den Mund als Ehrerbietung. Das sind wahrscheinlich ganz alte, das sind Bräuche, die aus vielleicht aus diesem Zusammenhang noch herrühren. Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne einen Jäger, ein Freund von mir ist Jäger, der hat einen Jagdschein gemacht vor zwei, drei Jahren. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also da werde ich ihn mal fragen, aber das tut. Dann hat der wahrscheinlich einfach keine Ethik. Entschuldigung, nein, das war ein Scherz. Aber der wird das doch, der wird das bestimmt kennen. Also wenn er es selber nicht macht, meinetwegen, aber er wird das bestimmt kennen. Nur, dass er es mir nicht gesagt hat oder ich habe, wir reden nicht intensiv über die Jagd. Ich weiß, dass er einen Jagdschein gemacht hat. Er erzählt mal, was er da beobachtet und was er da schießt, aber von sowas hat er mir noch nie erzählt. Also vielleicht gab es keinen Anlass, mir das zu erzählen, aber ich werde ihn das fragen. Interessiert mich jetzt sehr. Das finde ich sehr spannend und ich finde es auch schön, wenn es wirklich, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, wenn es jemand noch tun würde. Halt mich auch im Laufenden. Na ja, eigentlich ist ein Tier zu töten ja grundsätzlich kein trauriger Anlass. Also ich meine, wenn man es nicht muss, dann sollte man kein Tier töten. Da setze ich mich auch stark dafür ein. Aber die Jäger und Sammler, sie haben es gebraucht zum Überleben und ich meine, die Welt ist nun mal so, dass man auch auf Kosten anderer lebt. Das hat, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, der liebe Gott am Ende oder so. Das ist bei uns so und wenn man da jetzt ein Tier tötet, um es zu verzehren, um selber zu überleben, dann finde ich das auch in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass man Tiere in Massen foltert und abschlachtet. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, ja. Die Frage ist, brauchen wir noch Tiere, um zu überleben? Das ist die Frage. Ich meine, ich bin kein Veganer, kein Vegetarier. Ich esse Fleisch, jetzt aber, glaube ich, bewusst Fleisch. Guck, wo es herkommt. Ich meine, es ist ja, es ist eine, es ist ja, die Rechnung geht ja nicht ganz auf. Wir können, alles kostet seinen Preis. Auch wenn ich vegan lebe, kostet es seinen Preis. Viele Produkte, die vegan hergestellt werden, kosten genauso viel Energie. und Kraft und Kosten der Natur, genauso viele Ressourcen, wie wenn wir Tiere dafür töten. Die Frage, die sich ja eher stellt, da stimme ich mit Thomas völlig über ein, ob wir, wie wir es tun, wann wir es tun und ob die Entscheidung, ein Tier zu töten, gerechtfertigt ist oder ob sie nur unserer Lustbefriedigung dient. Das finde ich den grausamsten, alle Aspekte. Ich gehe jetzt mal auf die, auf das Jagdthema ein und damit meine ich jetzt nicht Jäger, die hier ihren Auftrag erfüllen und versuchen, irgendwie die Populationen irgendwie zu halten, sondern ich meine, jetzt wirklich die, die nach Afrika gehen und irgendwie auch Safari und Tiere töten zum Spaß. Ich glaube, da oder auch die Massentierhaltung, ganz klar, es ist, das sind einfach Auswüchse, die die Entfremdung von der Natur dokumentieren. Das ist ganz klar, das ist für mich, wenn man das Wort verwenden darf, zutiefst Sünde gegenüber der Natur. Andererseits, wie wollen wir jemals wieder zurückfinden zu einem Umgang mit Tieren als Ressource? Das ist einfach durch die traumatisierenden Erlebnisse, die wir haben in der Massentierhaltung einfach nicht mehr so einfach möglich. Veganismus ist für mich eine extreme Reaktion darauf, so wie das eine Extrem ein anderes hervorruft, aber es führt nicht am Ende zum Gleichgewicht. Ich glaube, dass das noch viel Zeit braucht, da die Wunden, die wir geschlagen haben, durch die Art und Weise, wie wir mit den Ressourcen der Natur umgegangen sind, in den letzten Jahrzehnten nur, das braucht Zeit, um zu schließen. Ich bin da allerdings auch hoffnungsvoll, dass uns das gelingen wird. Es muss einfach gelingen, vom einen Extrem ins andere wieder in die Mitte auszupendeln. Und da denke ich, das werde ich vielleicht nicht mehr erleben. Ich werde mich einmal kurz outen. Ich habe zehn Jahre lang vollständig vegan gelebt und möchte einmal nur kurz einen Grund nennen. Das dauert hoffentlich nur ganz kurz. Man tut das ja nicht, du hast gesagt, als extreme Gegenreaktion oder so. Ja, das würde ich auch so sehen. Man tut das ja nicht mal zwingend in erster Linie aus tierethischen Gründen, weil es den Tieren so schlecht geht und ihnen geht es sehr, sehr schlecht. Und das Problem ist ja, der Welthunger steht in direkter Verbindung zu dem Konsum tierischer Produkte, weil wir, also es verhungern Menschen und was tut die Zivilisationskultur? Sie füttert Tiere, anstatt dasselbe Nahrungsmittel einem Menschen oder einer menschlichen Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Und ein Tier, ich meine, eine Kuh frisst ja viel, viel mehr. Wie viele Menschen könnte man mit derselben Nahrungsmenge ernähren? Ist auch egal, da müssen wir jetzt, das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, ist vielleicht ein bisschen Teil der Zivilisationskritik, die ich hier geäußert habe. Ich glaube, das ist alles sehr unvernünftig, wie wir es tun. Ich möchte betonen, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, ein Tier zu töten. Ich halte das sogar für normal und für menschlich und Teil des Menschseins. Das gehört dazu. Aber bitte nicht unter diesen Bedingungen. Wenn Tiere geopfert wurden bei Riten früher, sag ich mal, wurden die immer verwertet oder hat man es auch mal liegen lassen? Ich kenne eigentlich immer, ich kenne es immer nur so, dass Tiere geopfert wurden und das wurde dann auch gegessen. Ich kenne das aus dem antiken Griechenland zum Beispiel auch so. Die haben die Tiere geopfert und dann haben die aber, ich meine, das meiste davon haben die dann selber auch aufgegessen. Wurde verteilt und Teil dem Gott. Ich weiß nicht, was für den Teil passiert ist, dem man dem Gott, den man gerade gehuldigt hat, was damit passiert ist. Das war dann am nächsten Tag alles einfach verschwunden. Ja. Uh, okay. Kriegt dann direkt hier eine Maßnahme in den Kopf. Was für eine Art von Opfer es war. Wenn es ein Brandopfer ist, dann ist es zum Teil einfach verbrannt. Ja. Also, dann ist es in Rauch aufgegangen und der Rauch steigt zu den Göttern auf und dadurch ist es eine Gabe an die Götter. Wenn es natürlich im Rahmen einer Kulthandlung geopfert oder geschlachtet wurde, dann diente es wahrscheinlich auch zum Verzehr der Feiernden. Das geschah genauso. Aber es kommt immer darauf an, in welchem Kontext natürlich. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist eben, ab wann wurde man verschwenderisch mit den Tieren? Das ist die Frage. Dass man, ja. Ich habe zum Beispiel eine Idee, ich habe zuletzt, habe ich mich mit einer Biologin über die Ziege unterhalten. Vielleicht habt ihr das gesehen. und da war uns zum Beispiel klar, dass wir heute so schnell auf Kuhmilch konditioniert wurden in den letzten Jahrzehnten. Das ist etwas, was unvorstellbar war, noch vor 200 Jahren. Da war die Ziege der Milchlieferant. Auch in den Mythologien finden wir viel häufiger oder relativ häufig die Ziege als das Urmütterliche. Wenn wir an die germanische Mythologie denken, aber auch an die indische. Wir haben die Ziege aber aus den Augen verloren, weil sie eben das Haustier, das milchgebende Haustier war, dass man sich gut zu Hause halten konnte. Jetzt, wo die Menschen in den Städten leben, keiner kann sich eine Ziege halten oder geschweige denn will er das. Auf der anderen Seite wurde dann nach dem Krieg die Milch propagiert als schnelle Eiweißquelle und um die Bevölkerung wieder aufzupäppeln. Und so kam dann auch letztendlich die Massentierhaltung auf. Es waren im Grunde genommen immer Bewegungen, die auf, ja, wie soll ich sagen, also, ja, ich mach da mal einen Punkt an der Stelle, weil ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist in jedem Fall etwas, wo das Tier früher als Haus- und Nutztier gehalten wurde. Vielleicht auch nicht immer unter den besten Umständen, das muss man ja auch sagen, wurden nicht immer alle tiergerecht im heutigen Sinne gehalten. Ja. Aber es war ein anderes Verhältnis dazu und dadurch war das auch was Selteneres und Kostbares. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Aber dieses Drastische so hineinzugehen, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz, ganz Junges, etwas ganz Modernes. Das glaube ich auch. Und ich will nicht zu sehr in die Tierhaltung und die Milchproduktion eintauchen, aber ich glaube sowieso, dass kein Mensch Milch braucht. Ich habe Jahre ohne Milch gelebt. Wir sind ja auch das einzige Lebewesen, dass Milch von einem anderen Tier trinkt. Also das ist ja ganz skurril eigentlich. Ich halte nichts von Milch. Also ich brauche keine Milch. Ich schuldig. Ich konsumiere ab und zu Milch. Wenn ich mal ganz selten esse ich mal ein paar hier Kornflakes ohne Zucker und dann tue ich mir Milch rein. Aber wenn ich jetzt Mandelmilch habe, nehme ich natürlich die. Aber wenn richtige Milch im Kühlschrank ist, dann nehme ich die. Aber man braucht die nicht. Und ehrlich gesagt, wenn ich viel Milch konsumiert habe, früher, ich habe es auch nicht vertragen. Ich glaube, dass es einfach auch, es geht vielen so. Viele sind ja tolerant. Mir wird schlecht. Wenn ich ein Glas Milch trinke oder einen Kakao, ist mir danach kotzübel. Mir wird richtig schlecht. Man braucht es einfach nicht und es ist auch dafür nicht da, denke ich mal. Meine Meinung. Aber... Ja, ich sehe, ich sage einfach, ja, mir geht es ja ähnlich. Wir können es alle hier outen, als dass wir alle kein Kuhmilch trinken. Aber ich denke, man sollte nicht jetzt zum Beispiel die Menschen in früheren Zeiten jetzt dafür verurteilen, dass sie sich eine Ziege gehalten haben, um dort die Milch für sich zu gewinnen. Ich sage immer, der Kontext ist entscheidend und die Umstände sind entscheidend, unter denen wir leben. Dass wir es heute nicht mehr brauchen, ist ein Privileg. Das darf man nicht vergessen. Die Menschen früher hatten im Winter wenig Grünzeug. Wir gehen heute in den Supermarkt und können irgendwelches Grünzeug uns besorgen, uns mit Vitaminen versorgen. Die Menschen früher hatten das einfach nicht. Die mussten auf das zurückgreifen, was sich ihnen angeboten hat. Und die Haltung von Haustieren war eine Möglichkeit, auch durch den Winter zu kommen. Das stimmt. Aber wir wollen heute noch ein bisschen über Bräuche reden, bevor wir hier zu weit abrutschen. Ja. Die Haltung und in unseren Milchhass. Und mit dem Grünzeug ist auch so eine Sache. Da könnte man ja auch anfangen, wenn man möchte. Ja. Mach mal weiter, ne? Ja, auch behandelt. Ja, auch alles. Natur hin und her. Das Zeug ist ja auch alles behandelt. Aber wie gesagt, wir möchten ein bisschen über Bräuche reden. Zum Beispiel über Weihnachten, über Juhlfest, über die Rauhnächte. Ich habe eine Überleitung. Das ist eine Überleitung, ja. Vielleicht. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe eben die Höhlenmalereien und diese Kleinkunstwerke erwähnt, die wir seit 40.000 Jahren haben als Menschheit. Und da sind noch einmal diese Menschen abgebildet, die sich in Tierfälle hüllen und diese wahrscheinlich schamanischen Kulte vollziehen. So etwas Ähnliches haben wir bis heute, bis in die Gegenwart, bis 2021 und wahrscheinlich passiert jetzt gerade oder ungefähr in dieser Zeit, in der wir gerade leben, das Gleiche in Süddeutschland, im Alpenraum, in Österreich, Schweiz, auch teilweise in Italien. Es gibt so etwas, dass Menschen sich Tierfälle überziehen und auch große Glocken und so überziehen und mehr oder weniger ekstatische Umzüge veranstalten. Die Rede ist von den sogenannten, zum Beispiel von den sogenannten Perchtenläufen. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt, kann das von mir einfach mal im Internet nachgucken. Die Bilder sprechen da für sich. Es gibt auch tolle Bildbände dazu. Das sind uralte, ich sage am liebsten schamanische Rituale, aber Rituale, die zu der Zeit abgehalten werden, die wir heute als Weihnachtszeit bezeichnen. Ich glaube, es gibt tatsächlich so eine Verbindungslinie, eine Kontinuität, ist immer gefährlich, davon zu reden. Aber ich sehe einfach von außen, dass es da große Überschneidungen gibt. Also bei uns sind diese Perchtenläufe ja, gut, in diesem Jahr werden sie nicht stattfinden. Die Krampusläufe sind bei uns alle abgesagt. Aber ich bin da ja regelmäßig dabei, nicht als nicht mit einer eigenen Larve, sondern einfach, weil ich das ziemlich spektakulär finde. Und wenn du dich da mal mit den Leuten unterhältst, die diese Kostüme anziehen, die diese schweren, oft aus Zirben oder aus Lindenholz geschnitzten, in der Regel handgeschnitzte Masken sollten aus Holz sein, der Tradition nach tragen, die befinden sich in einem Zustand, während sie da in diesen Krampusläufen unterwegs sind, die man durchaus wie eine Trance beschreiben kann. Das führt oft auch dazu, wenn das dann noch früher, wurde ja oft Alkohol noch dazu getrunken, gerade im Salzburger Raum waren die die Krampal, wie sie dort heißen, berühmt und zwar eher für ihr schreckliches und auch derbes Auftreten. Da wurde dann richtig geprügelt. Deswegen, Entschuldigung, sind die heute alle nummeriert? Die sind alle nummeriert, damit man sie später anzeigen kann. Auch das ist noch ein Beispiel für die Entfremdung von solchen Bräuchen oder sie finden nur noch statt hinter Absperrgittern und so weiter. Aber in München zum Beispiel waren sie nie hinter Absperrgittern und dort hast du dann die, oft auch die Gelegenheit mit den Leuten, wenn die dann wirklich nach ihrem Krampus laufen, die sind wie auf Droge und zwar brauchen die da keinen zusätzlichen Alkohol, weil dieses Hineinschlüpfen in die Larve, in dieses Kostüm und das stinkt ja auch, man hat ja früher diese Felle, die sie angezogen haben, man hat sich ja extra, das macht man heute nicht mehr wegen der Zuschauer, aber früher ist man extra noch mal, wenn man voll im Kostüm war, in den Stall gegangen, hat sich im Mist gewälzt, damit man so richtig schön animalisch stinkt und dann der Lärm und der Krach, das ist etwas, was vielen Leute eine Heidenangst einjagt, auf der anderen Seite ist das genau das, was ich meine, das ist das Gegenkonzept zu Merry Christmas und ich finde, dass die Leute kommen in Scharen, um sich das anzuschauen und immer mehr interessieren sich dafür, in diese Kostüme zu schlüpfen, weil ich glaube, dass dieser Aspekt der Weihnachtszeit etwas ist, was eben nie verloren gegangen ist und das jetzt wiederkehrt, weil es uns sonst so fehlt, weil wir sonst nur noch Kommerz haben, weil wir sonst nur noch Jingle Bells und White Christmas haben, sondern weil diese dunkle archaische Zeit, in der wir uns befinden, auch unser Bewusstsein ganz, ganz tief berühren kann und das sind für mich symbolische Ausdrücke davon. Schade, dass es heuer nicht stattfindet, aber die Male, die letzten Jahre wurde das immer größer. Wir haben in München einen riesigen Krampuslauf gehabt mit über 400 Larven, die aus allen Gegenden des Alpenlands gekommen sind, wo man wirklich auch mal die Vielfalt sehen kann. Man kann sich jetzt hier wieder streiten drüber, muss das so sein, sollte das nicht hier bei lokaler Brauch bleiben, aber gibt es übrigens hier auch, ich habe euch ja schon erzählt von den Perschen von Soy bei Kirchseeon, die das nur dort machen, nur bei sich im Dorf und auch noch tatsächlich nicht als Schaulauf, sondern wirklich von Hof zu Hof, von Haus zu Haus gehen, dort ihren Tanz aufführen und dadurch sozusagen, ja, eine magische Handlung vollziehen, um die Fruchtbarkeit für das kommende Jahr zu sichern. Die machen das nur dort, also die gehen nirgendwo anders hin, die ziehen nicht nach München, obwohl es nicht weit entfernt wäre. Deswegen sage ich, es ist eine interessante Geschichte, dass uns das, und weil du Thomas ja den Bogen geschlagen hast, zu der Höhenmalerei und den Schamanen, sage ich jetzt mal, die man dort sehen kann, dieser Zustand, in den du da hineingerätst, diese Identifikation mit dem, was du verkörperst, das geschieht fast automatisch. Dann kommt natürlich noch der Krach dazu, die Trommeln, es werden Tröten geblasen, die Glocken geschlagen, der ganze Lärm trägt dazu bei. Wie so ein kleiner Massenrausch ist das dann. Sieht sich gut an. Wir kennen ja den Krampuslauf, wir kennen den, am 6. den Nikolaus. Was für Weihnachtsbräuche haben wir denn vergessen oder fast vergessen? Gibt es da irgendwas, von denen man weiß, das aber gar nicht mehr in irgendeiner Art thematisiert wird? Ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Leute, die Weihnachten feiern, überhaupt gar nicht mehr wissen, was das überhaupt soll. Das sowieso. Also, ich meine, ich greife mal einen Begriff auf von Christopher Grath, Heidenangst. Die Leute haben eine Heidenangst vor diesen Pärchenläufen und die veranstalten da einen Heidenlärm. Und es fiel der Begriff Christmas. Also, wir nennen ja Christmas, nicht Christmas, sondern Weihnachten. Und ich glaube, allein an dem Begriff erkennt man schon ein bisschen deutlicher, was eigentlich der Ursprung dieser ganzen Sache ist oder wo man es mit verorten kann. Denn ich sage mal vollmundig, Weihnachten ist ursprünglich natürlich kein christliches Fest, weil das viel, viel älter ist als das Christentum selbst. Weihnachten ist ein germanisches Wort und heißt, lässt sich sehr leicht übersetzen, als geweihte Nächte. Das ist ein Pluralwort. Es gibt nicht eine Weihnacht, irgendwie dann den Heiligen Abend oder den einen Weihnachtstag, sondern es gibt Weihnachten. Das ist ein Pluralwort. Und es gibt eigentlich, wie wir wahrscheinlich alle hier wissen, mehrere geweihte Nächte und das sind die sogenannten Raunächte. Aber mir ist ganz wichtig, mir ist jetzt ganz viel ganz wichtig, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Im skandinavischen Bereich nennen wir das Weihnachtsfest oder die da oben nennen das Weihnachtsfest Jul, Julfest. Und was ist das für ein Begriff, Jul? Das lässt sich zurückführen auf Jölnir. Und Jölnir ist ein Beiname des germanischen Göttervaters Odin. Das heißt, Weihnachten beziehungsweise Jul ist ein Odinsfest. Ja, mit dem Christkindlein hat das irgendwie erstmal gar nichts zu tun. Am Ende, und da können wir bestimmt länger drüber reden, ist das das Fest der Wintersonnenwende. Und das ist natürlich über, wie sagt man denn, überreligiös, überreligiös. Also mit dem Christentum hat das von mir aus auch zu tun, aber die Christen wissen nicht, dass sie Wintersonnenwende feiern eigentlich. Julia, hast du eine Frage? Du bist so ruhig. Ja, ich habe gerade nachgedacht, du hast gerade das die Raunächte gesagt. Und da hatte Christopher eben auch gesagt, die einen sagen, man wäre schon drin, die anderen sagen, die kommen erst noch. Was hat es damit auf sich? Wann beginnen denn nun die Raunächte? Da gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Und ich würde gerne mal von euch beiden wissen, wie seht ihr das? Da streiten sich ja auch die Geister, ne? Ich kann natürlich sagen, die Raunächte, es ist natürlich auch so ein Begriff, den muss man erst mal für sich mal erklären. Was heißt überhaupt Rau? Was ist daran Rau? Sehr wahrscheinlich geht der Begriff auf die Rauen zurück. Und die Rauen, das sind tatsächlich so Wesen wie der Krampus, die Perchen. und das hat was mit, ihr kennt vielleicht noch das Wort Rauchwaren und damit ist eben nicht der Zigarettenbedarf gemeint, sondern die Rauchwaren sind Pelz, ist der Pelzhandel und weil die eben in Pelze gekleidet sind, die Rauen. Man könnte es auch von Rauch ableiten, weil auch viel geräuchert wurde in dieser Zeit. Auch das könnte denkbar sein. Letztendlich wissen wir nicht ganz genau, woher der Begriff Rauhnacht kommt. Entscheidend ist, dass von Nächten die Rede ist. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Damit ist an eine alte Tradition angeknüpft, dass der Tag eben nicht mit Mitternacht beginnt oder mit dem Morgengrauen, sondern nach der alten Tradition, so wie es ja heute auch in der katholischen Liturgie ist, mit dem Sonnenuntergang des Vorabends. Das heißt, du beginnst immer bei Sonnenuntergang bereits schon in den neuen Tag zu zählen. Die Nacht kommt immer zuerst und dann der Tag, wenn wir von der Phase hält dunkel sprechen. Scheint auch schon bei den Kelten so gewesen zu sein. Also zumindest hat man da Überlieferungen. Warum sage ich, dass die Rauhnächte vielleicht schon da sind? Weil es einzelne Rauhnächte in der Vorweihnachtszeit gibt, die schon auch in manchen Traditionen, zum Beispiel im Bayerischen Wald, als Rauhnacht bezeichnet werden. Eben heute Nacht zum Beispiel, die Nacht der Heiligen Lucia, die Nacht auf den 13. Jahrzehnten, die gilt als eine Rauhnacht. Oder die Nacht auf den 21. Dezember gilt auch als erste Rauhnacht. Das ist der Thomas-Tag, die Thomas-Nacht. Und letztendlich ist aber in einem engeren Sinne unter Rauhnacht zu verstehen, eine Abfolge von zwölf Nächten, beginnend mit der Nacht auf den 25. Dezember bis hin zum 5. Januar und dann ist noch die letzte Rauhnacht, die dann nicht mehr ganz gezählt wird, die Nacht auf Epiphanias auf den 6. Januar, die Nacht der Frau Holle. Das ist so traditionell, wenn man heute im Brauchtum oder bei den Bräuchen unterwegs ist, das, was man als Rauhnächte bezeichnet. Es gibt natürlich gerade aus dem, ich würde mal sagen, neuheidnischen Kontext heraus auch Bestrebungen, das Ganze wieder an die Wintersonnenwände anzuknüpfen und dann beginnen einige schon ab dem 21. Dezember zu zählen. Dann kommen sie natürlich nicht am 6. Januar raus. Was ich bedauerlich finde, deswegen bin ich ein ganz strenger Verfechter der Regel, beginne bitte mit der Nacht auf den 25., weil ich nämlich in der Nacht auf den 6. Januar geboren bin und ich möchte gerne in der letzten Rauhnacht geboren sein. Insofern ganz egoistisch. Aber ich glaube, dass das schon auch einen Hintergedanken hat, weil ja dieser 6. Januar tatsächlich auch in vielen, vielen Kulturen auch noch eine geweihte Nacht ist. Also letztendlich in vielen anderen Gegenden ist das der Tag der Bescherung in der orthodoxen Kirche zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass die sogenannte Bescherung, ich glaube, da haben wir uns aber auch schon mal drüber unterhalten, nicht an, die findet ja bei uns an Heiligabend und bei uns kommt das Christkind. Da haben wir ja schon, habe ich ja schon zumindest mal die These wiedergegeben, dass das Ganze auf Luther zurückgeht, der eben keinen Weihnachtsmann und auch keinen Nikolaus wollte, sondern der gesagt hat, wenn irgendjemand Gaben bringt, dann bitteschön Christus selbst. Und so kam es dazu. Früher war es der 6. Dezember, an dem es die Geschenke gab und in manchen Gegenden ist es auch der 6. Januar, weil da nämlich die drei heiligen Könige, die Weisen aus dem Morgenland, die Gaben gebracht haben. Genau. Aber wie gesagt, für mich beginnen die Rauhnächte in der Nacht auf den 25. Dass die heiligen drei Könige da die Gaben gebracht haben und da das Geschenk oder Beschenken herkommt, das halte ich auch eher für so einen Volksmythos irgendwie so ein bisschen. Wir haben, also das Fest der Wintersonnenwende wird seit Tausenden von Jahren gefeiert. Jetzt könnten wir wieder zurückgehen in die Steinzeit. Wir könnten zurückgehen bis zu Stonehenge, was, da kennt Christopher sich vielleicht auch besser aus, was ja ein großer Kalender einfach ist. Lasse ich jetzt mal so stehen. Alle möglichen Kulturen, auch vorchristlichen Kulturen, natürlich haben die Wintersonnenwende schon gefeiert. Und ein Beispiel möchte ich nennen, im antiken Rom gab es ein Kultus zur Wintersonnenwende, das war das Fest des Sol Invictus. Das ist der Name einer Gottheit, Sol Invictus. Das heißt übersetzt unbesiegbare Sonne. Es ist der unbesiegbare Sonnengott. Und da wurde gefeiert, dass, naja, also Wintersonnenwende, im Jahreskreislauf seit der Sommersonnenwende sinkt die Sonne immer weiter, sinkt immer weiter ab, in Anführungszeichen, und es wird immer dunkler, die Tage werden immer dunkler. Das heißt, die Sonne geht unter über das halbe Jahr hinweg und versinkt im Schoß der Mutter Erde. Und mit der Wintersonnenwende beginnt die Sonne wieder aufzusteigen und die Tage werden wieder länger und es wird wieder heller. und die antiken Römer haben das in Verbindung gebracht mit Sol Invictus, mit dem Sonnengott, der stirbt und während der Wintersonnenwende wiedergeboren wird. Also das ist ein vorchristlicher Kultus, hier beispielsweise im antiken Rom gewesen. Und zu diesem Sol Invictus-Fest, das übrigens auch schon mit großen Verkleidungskulten begangen wurde, hängt wahrscheinlich auch unser Karnevalsfest übrigens wieder mit zusammen, diese Leute haben sich auch schon beschenkt. Zur Wintersonnenwende im antiken Rom, zum Sol Invictus-Fest haben die Leute sich beschenkt. Also ich weiß nicht, wo unsere Beschenkungstradition wirklich letztendlich herkommt. Vielleicht haben das andere Kulturen so oder so ähnlich auch schon gemacht. Aber die antiken Römer haben es auf jeden Fall gemacht. Und das ist vorchristlich. Ja, das stimmt. So aber, nur ganz kurz zur Ergänzung, die für uns übliche Bescherung, die fand tatsächlich, und das ist, glaube ich, das ist historisch relativ klar belegbar, immer am 6. Dezember statt und hat natürlich einen christlichen Hintergrund. Da finden wir auch die meisten heische Bräuche. Das heißt, die Kinder ziehen von Haus zu Haus und holen sie ihre Gaben ab. Das gab es um den 24. Dezember eigentlich nicht. Das kam erst später dann in der Renaissance auf. Diese Bräuche tatsächlich sich unter den Weihnachtsbaum auch etwas zu legen. Die ersten Weihnachtsbäume standen in den deutschen Stuben erst im Biedermeier. Also da, all dieses, diese, diese Traditionen, die sind Volksgut geworden in einer sehr, sehr späten Zeit. Auch wenn man natürlich sagen kann, der Weihnachtsbaum erinnert möglicherweise auch wieder an, an vorchristliche, an vorchristliche Bräuche. Vielleicht sind sie auf eine Art und Weise auch wieder hineingeflossen. Das möchte ich gar nicht ausschließen. So wie ich das auch gesagt habe, diese ganzen Bräuche, die wir heute haben, auch die Perchtenläufe, die sind auch relativ modern. Die meisten Perchtenläufe sind erst in diesem Jahrhundert wiederbelebt worden. Und zwar in der Form, wie wir sie heute erleben, sind sie nicht belegbar als uralter Brauch oder irgendetwas, was aus einer lange, langen Tradition kommt, sondern es sind wirklich wiederbelebte Bräuche und teilweise auch adaptierte Bräuche. Ich glaube aber, dass das gar nicht so wichtig ist, wie alt etwas wirklich ist. Wir suchen ja immer danach, das muss jetzt uralt sein und sonst ist es nichts wert. Und dann wird dann oft gerne einfach behauptet, es ist uralt, aber in Wirklichkeit kommt es ja nur darauf an, aus welchem Bewusstsein, welchem Geist heraus ist es wieder da. Weil ich, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube nicht, dass das verschwunden ist über die Jahrhunderte, sondern es ist einfach wie ein Strom unter der Erde geflossen und tritt nun wieder als sprudelnde Quellen überall auch wieder sichtbar ans Tageslicht. Und das ist manchmal zart und manchmal wird es auch gleich wieder zugeschüttet und manchmal setzt es sich durch, aber es kommt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auch nicht unterkriegen kann. Und deswegen ist nicht auszuschließen, dass zum Beispiel die Weihnachtsbäume etwas sind, was auf ein altes heidnisches Symbol ist, das aber, sagen wir mal, erst wieder unter einem Bewusstsein, also unterschwellig durch die Geschichte flossen, dann wieder aufgetaucht ist. Auch wenn der Anlass, auch hier wieder waren die Protestanten Schauke. Ja, ihr Lieben, der liebe Daniel ist gerade rausgeflogen. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Irgendwie hat es ihn gerade gecrasht und wir werden jetzt einfach mal ohne ihn weitermachen. Und waren eigentlich stehen geblieben, gerade bei Weihnachten, Bräuche. Und da möchte ich direkt mal anknüpfen. Wir hatten gerade über die Raunächte noch mal geredet und da habe ich noch eine Frage zu. Was sind denn dann jetzt die Raunächte? Ich kenne da verschiedenste Aufzeichnungen, dass man dort das nächste Jahr bestimmt in diesen Nächten. Man soll Sachen aufschreiben, die man träumt. Was haben die denn jetzt für eine Bedeutung? Wir wissen ja jetzt, wann die sind, aber was sind denn jetzt diese Raunächte? Ja, viele, viele Orakel-Sachen und so macht man in den Raunächten. Also mythologisch gesehen sind das die Nächte, in denen die Geister und die Dämonen und die Ahnen näher an unserer Welt und Wirklichkeit sind und dass die Grenzen sozusagen zwischen physischer und metaphysischer Welt durchlässiger sind. Deswegen sind das Zeiten, in denen man gut Kontakt aufnehmen kann mit dem Numinosen. Und das war schon, ist das ein alter Brauch oder ist das etwas Neuzeitliches, was jetzt so in die Moderne gekommen ist? Ich meine, ich bin letztens durch eine Buchhandlung gelaufen und dort findet man unendlich viele Bücher, Raunacht, Orakel, Raunächte und deswegen stellt sich mir halt die Frage, ist das etwas Neuzeitliches oder war das wirklich damals bei den Schamanen auch schon so, dass sie diese Zeit genutzt haben für sowas? Also da hat Christopher ja gerade schon so ein bisschen was zu gesagt, dass das teilweise, also zumindest nach dem, was wir evident wissen, teilweise jüngere Phänomene sind. Die Perchtenläufe und so sind jüngere Phänomene. Der Weihnachtsbaum als solches ist ein jüngeres Phänomen, zumindest nach dem, was wir wissen. Aber ich knüpfe dann da einmal direkt an. Für mich ist natürlich ganz klar, dass zum Beispiel der Weihnachtsbaum zurückgeht auf den Weltenbaum, im Germanischen zum Beispiel Übdrasil. Weil wenn man, also Christopher hatte diese sehr schöne Metapher benutzt, dass das irgendwie im Unterirdischen so weiterlebt und manchmal immer wieder nach oben kommt. Dazu muss man wissen, dass das Christentum viele von diesen, wenn nicht alle, viele von diesen Bräuchen und Ritualen natürlich über Jahrhunderte hinweg unterdrückt hat. Die wurden verboten. Auch das ist evident. Und deswegen, vermute ich, sind viele Sachen, die wir aus dem zum Beispiel Germanischen haben oder aus den älteren Kulturkreisen haben, sind die einfach jahrhundertelang mal weg gewesen, weil die als dämonisch und teuflisch und satanisch galten. Und diejenigen, die diese Bräuche weiter tradiert haben und praktiziert haben, die wurden getötet. Das muss man wirklich so sehen. Deswegen sind wahrscheinlich einige dieser Rituale über ein paar Jahrhunderte weg gewesen und kommen vielleicht heute natürlich häufig in kommerzialisierter Form zurück. Ich denke, und das ist ja auch irgendwie meine Lebensaufgabe als Altertumskundler, also mich interessiert schon, wo da irgendwie der Ursprung liegt, wobei es meistens nicht den einen Ursprung gibt. Also wenn ich sage, der Weltenbaum lässt sich in Verbindung bringen mit Yggdrasil oder mit Irminsul, diesem germanischen Weltenbaum, dann denke ich, ist das nicht falsch. Aber den Weltenbaum zum Beispiel, den gibt es ja in allen möglichen Kulturen weltweit. Und noch einmal, ich denke schon, warum das zum Beispiel der Weihnachtsbaum mit dem Weltenbaum in Verbindung steht. Ja, es gibt natürlich auch, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig Forscher, die sagen, dass das Ganze vielleicht auch mit dem Baum der Erkenntnis im Garten Eden zu tun hat, wobei der vielleicht auch nicht weit entfernt vom Weltenbaum wieder ist. Also hier vermischen sich ja verschiedenste Ebenen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Julia, was macht man da und warum gibt es so viel Literatur dazu? Ich muss gestehen, ich habe auch mal ein Buch über die Rauhnächte geschrieben und habe auch Bräuche dort erzählt. Tatsächlich ist eine der beliebtesten Bräuche, dass man jede Nacht mit einem Monat des kommenden Jahres verbindet und dann zum Beispiel die erste Rauhnacht mit dem Januar verbindet, die zweite Rauhnacht mit dem Februar und so weiter und sozusagen sich vorstellt, dass das, was in dieser Nacht geschieht und bitte jetzt Nacht, nicht nur Nacht im Sinne der dunklen Phase, sondern immer von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Das ist die ganze Nacht. Also da geht es nicht nur um diesen Zeitraum, in dem es dunkel ist. Alles, was dort geschieht, soll auf eine bestimmte Weise vorwegnehmen, was im entsprechenden Monat geschieht, was du träumst, was dir begegnet. Das geht auf ganz, ja, ich sage jetzt mal, alte Bräuche zurück, wobei alt meint, vielleicht bis aufs Mittelalter zurückreichend, dass man zum Beispiel, wenn der Hahn von links vorne gekräht hat, dann ist das die Richtung, aus der dann der Liebste einst kommen wird. Das sind relativ einfache Bräuche, die jetzt aber im Zuge der Esoterik natürlich viel komplizierter werden, weil den Menschen natürlich das nicht mehr reicht. Die Frage ist nicht mehr, aus welcher Himmelsrichtung kommt der Liebste und wann komme ich endlich unter die Haube. Das sind nicht mehr die zentralen Fragen des Lebens. Vielleicht schon noch nach dem Traumprinzen oder der Traumprinzessin, aber man ist ja durchpsychologisiert und man braucht andere, man hat einen anderen Anspruch und deswegen Traumdeutung, Orakel, die dann vielleicht dir über deinen persönlichen, deine persönlichen Befindlichkeiten Aufschluss geben im kommenden Jahr. Die meisten Bräuche allerdings, die überliefert sind, waren überhaupt nicht persönliche Bräuche. Das hat man nicht zum persönlichen Vergnügen gemacht, sondern man hat es im Sinne der Hausgemeinschaft zum Beispiel getan. Man hat gemeinsam Orakelt zum Beispiel, man hat gemeinsam geräuchert. Das war ein Privileg der Hausherrin oder des Hausherren. Das waren wichtige Dinge, die man getan hat, aber die dienten eigentlich dem Schutz der Gemeinschaft und nicht so sehr jetzt, um meine persönlichen Befindlichkeiten abzufragen. Ich sage nichts, dass das nicht auch in Ordnung ist heutzutage. Ich finde es total gerechtfertigt. Also ich bin ja auch als Astrologe unterwegs. Hochzeit der Beratungen ist einfach diese Zeit um den Jahreswechsel herum, weil das für die Leute ein Signal ist. Wir haben das Alte noch nicht verlassen, aber das Neue hat noch nicht begonnen. Die Zeit scheint irgendwie so weich zu sein, formbar zu sein. Unsere Zukunft scheint hier besonders in unserer Hand zu liegen. Und man glaubt, wenn ich diese Zeit nutze, ich mein Schicksal vielleicht sogar ein bisschen ins Positive wenden kann, was in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Gesundheit, Geld und Liebe, das sind die zentralen Themen. Und Liebe steht immer ganz vorne. Und das sind Themen der Raunächte. Also auch der Losnächte, die es ja vorher gab, die Andreasnacht zum Beispiel, jetzt die Lucinennacht, die übrigens die Nacht auf den 13. Dezember, das wollte ich noch erwähnen, vor der Kalenderreform die Wintersonnenwende war. Genau. Dadurch hat man tatsächlich auch jetzt hier dieses Licht- und Dunkelthema so besonders stark. Die heilige Lucia, du hast ja auch nach vergessenen Weihnachtsbräuchen gefragt. Ein Brauch, der bei uns sicherlich vergessen ist und vielleicht gab es ihn auch nie in der Form. Auch ein protestantischer Brauch ist natürlich die Santa Lucia, die mit dem Kerzenkranz in Schweden und überhaupt in den skandinavischen Ländern unterwegs ist. Bei uns gibt es so eine helle Erscheinung nicht. Ich kenne es nur hier in Fürstenfeldbruck. Das ist ganz in der Nähe von hier. Da wird ein Lichterschwimmen gemacht. Das ist ein Brauch. Da wird in den Lech werden kleine Böte gesetzt, oder Bötchen gesetzt, die wie kleine Häuser gebaut sind, denen eine Kerze brennt. Und die werden dann mit einem Wunschlicht quasi als Wunschlicht in den Fluss gesetzt in der Nacht der heiligen Lucia. Solche Bräuche sind sehr, sehr, sehr regional geworden. Kennt man kaum noch. Und ansonsten geht im Bayerischen Wald die blödige Lutz um. Und die habt ihr ja schon kennengelernt. Der will man ja nicht begegnen. Das ist das Schiffchensetzen. Das kenne ich nämlich auch. Ich kenne das als Nikolausbrauchtum. Also ich kenne aus meiner Kindheit den Stiefel rausstellen. Genau, das kenne ich auch. Und dann kommt da was rein. Das ist wahrscheinlich auch so eine Perversion eigentlich eines alten Opferkultes. Eigentlich hat man was gegeben. Heute verlangt man das, was da drin ist. Zum Nikolaus fällt mir dann noch ein, das ist ein Punkt, der mir auch immer ganz wichtig ist. Der Nikolaus selbst ist eine christliche Figur. Nikolaus von Myra, den hat es ja wirklich gegeben, historische Person. Aber ich finde interessant, der Nikolaus, auch das ist regional unterschiedlich, aber der hat ja jemanden im Gefolge, nämlich den Knecht Ruprecht. Der hat auch manchmal in Deutschland andere Namen, aber ich glaube, jeder kennt irgendwie den Knecht Ruprecht. Den kennt, glaube ich, jedes Kind. Ja, genau. Man fürchtet sich ja auch so ein bisschen vor dem. Aber es gibt diese Theorie von Jakob Grimm und ich schließe mich der an, dass sich in Knecht Ruprecht die Erinnerung erhalten hat eigentlich an den germanischen Göttervater Odin Wotan. Und die Theorie geht dahin, dass der Knecht Ruprecht eigentlich der missionierte oder man könnte eigentlich sagen der unterworfene Wotan ist, der jetzt dem christlichen Missionar oder Priester oder diesem Nikolaus auf jeden Fall hinterherlaufen muss und naja, sein Knecht ist. Dass das eigentlich, also dass man in Knecht Ruprecht noch diesen möglicherweise heidnischen Ursprung, dieser Feste hat. Ein anderes fast vergessenes Brauchtum, was in Skandinavien, im Nordischen aber noch weit verbreitet ist, in Deutschland gibt es das teilweise auch, ist das Sonnenrad. Es wird ein großes Rad hergestellt aus Holz oder Stroh, sehr, sehr groß. Das zündet man an und rollt es einen Berg runter. Und was soll das? Also es ist ein schönes Schauspiel erstmal, sieht toll aus und macht was her. aber das ist natürlich Symbol für die Sonne und für die Sonnenwende und die Wintersonnenwende. Das Rad stellt die Sonne dar, die im Kreislauf zum Winter hin absinkt und mit der Wintersonnenwende wieder aufsteigt. Das sind alles so, also das ist diese Streitfrage so ein bisschen. Ich wollte gerade schon wieder sagen, das sind alles so uralte Bräuche. Man weiß es häufig nicht, wo genau der Ursprung davon liegt, aber ich meine doch zu erkennen, dass die alle archaisches Gepräge tragen und das sind heidnische Kulturen. Da würde ich gerne einhaken, weil du vorhin auch gesagt hast, das Christentum oder die katholische Kirche in erster Linie wahrscheinlich hat das unterdrückt. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem, was gepredigt wurde von der Kanzel und zwischen dem, was die Leute gemacht haben. Denn ganz unterdrücken konnten sie es nicht, weil es immer lebendig blieb. Sie mussten es umwidmen. Daher zum Beispiel haben wir überhaupt eine Jungfrau Maria wahrscheinlich, weil man diesen Glauben an ein Urweibliches irgendwie nicht totkriegen konnte. Viele Symbole, die die Jungfrau Maria heute hat, sind eigentlich Symbole alter antiker Gottheiten oder Göttinnen, die dann einfach übernommen wurden, weil man es einfach nicht geschafft hat, den Leuten es auszutreiben. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, dass man dann immer wieder in diese Umwidmung ging. Zum Beispiel eben natürlich Geburtstag von Jesus Christus, der 24. Dezember, ist eine Umwidmung sehr wahrscheinlich von dem, was du als Sol Invictus angesprochen hast oder Mithras, könnte man auch noch erwähnen. Übrigens, warum der 24. und nicht der 21. Da gibt es auch eine interessante Theorie, die ich ganz spannend finde. und die geht darauf zurück, dass die, es gibt zwei Ideen dazu, warum nicht der 21. und der 24. Der eine ist, dass am 21. ein dreitägiges Fest begann, das dann am 24. endete. Und die andere, die ich eher anhänge, ist, dass man sagt, die, was da tatsächlich so ist, die Wintersonnenwende ist ja eigentlich der absolute Nullpunkt. Tiefer kann die Sonne über den Horizont nicht sinken. Es ist der tiefstmögliche Tagbogen, den sie haben kann. Aber von uns aus gesehen scheint die Sonne still zu stehen. Darum im Englischen noch solstis, von Lateinisch solstitium. Die Sonne steht still. Und das dauert etwa drei Tage, also etwa bis zum 25. bevor wieder eine deutliche Aufwärtsbewegung für uns wahrnehmbar ist. Das heißt, die Lösung der Sonne aus ihrer Starre geschieht tatsächlich um den 25. herum. Und dass man dies dann eigentlich gefeiert hat und nicht den Todpunkt sozusagen, sondern dass der jetzt wahrscheinlich eher ein stiller Punkt gewesen ist, könnte genauso gut sein. Interessant ist, dass natürlich, wie du schon angedeutet hast, die Wintersonnenwende in Stonehenge, aber auch bei uns in Mitteldeutschland Sonnenobservatorium, das sogenannte in Goseck, pömmelte, alle haben die Wintersonnenwende drin als einen markanten Punkt. Interessant aber auch, dass es offensichtlich ein wichtiger Berechnungspunkt war, was man daraus für kalendarische Schlüsse gezogen hat, das weiß man gar nicht so genau. Man weiß nur, das wissen wir bei Goseck, dass es eben ein wichtiger Beobachtungspunkt war und ob dann der Schamane oder wer auch immer dafür zuständig war, ob dann ein Fest gefeiert wurde oder wie auch immer, das können wir so gar nicht so genau sagen. Aber es ist zu vermuten, also ich bin ein Anhänger dieses Bildes. Ich finde das für mich ganz schlüssig. Wollte ich noch mal erwähnen, dass es auch für den 24. eine astronomische Bestimmung gibt sogar. Ich habe sogar noch eine dritte Antwort. Ja, prima. Ja, damit. Aus damit, wir wollen es hören. Also, dass wir Heiligabend am 24. feiern und Weihnachten am 25. Das geht wahrscheinlich, hängt wahrscheinlich auch mit diesem römischen Kultus zusammen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und denn die antiken Römer hatten nicht den gregorianischen Kalender, sondern den julianischen Kalender. Die hatten ein etwas anderes Kalendersystem. Nach meinem Kenntnisstand haben die antiken Römer die Wintersonnenwende am 25. gefeiert. Aber durch die Kalenderreform hat sich das einfach ein paar Tage verschoben. Also, die Wintersonnenwende findet immer am gleichen Tag statt, aber dadurch hat sich die Zahl verändert, sodass wir heute mit unserem Weihnachtsfest im Endeffekt die Wintersonnenwende drei Tage zu spät feiern. Also, so gesehen, ja, wenn man die Wintersonnenwende als Fixpunkt nimmt. Ich denke, also, für mich, gut, ich habe ja schon geoutet, warum ich gerne hätte das die Rau nicht am 25. Beginn. Es liegt für mich irgendwie so, es gibt keine andere Alternative aus meiner Sicht. Ich bin ja stark für den Thomas-Tag, ne? Achso, ja. Ah, da hier, jetzt. Aber du weißt ja auch, du kennst ja bestimmt auch, dass es gibt ja auch den dunklen Schatten des heiligen Thomas, der im, das Damal mit dem Hamal, der ja möglicherweise auf den Dona zurückgeht und auf den Gott Thor, der ja auch mit einem Hammer ausgestattet war und es ist ja nicht umsonst, dass Thomas und Thor mit derselben Silbe beginnen. Ich glaube, dass auch hier die christlichen Missionare sich gedacht haben, wie treiben wir den Leuten den Donau aus? Wir bieten ihnen den Thomas an und der klingt irgendwie ähnlich. In vielen Gegenden ist der Donau aber eher der Petrus geworden, weil er auch so ungezügelt ist und weil er auch sowas ähnliches wie einen Hammer in der Hand hält. Dieser Schlüssel nämlich, den der heilige Petrus hat, der sah früher ganz ähnlich aus. Also der sah ein bisschen so aus wie, kennt ihr noch diese Schlüssel, die man zum Aufziehen von Spielzeug benutzt, solche Schlüssel hat er auch in der Hand gehabt und das sieht ein bisschen aus wie Thors Hammer. Also da waren die sehr trickreich und ich glaube, dass sie die Wintersonnenwende dem Thomas zugeordnet haben, weil man eigentlich den Thor, der mit seinem von Ziegenböcken gezogenen Wagen und wir haben ja dann auch noch ausgerechnet an dem Tag den Übergang in den Steinbock, da haben wir die Ziege wieder drinnen. Also das heißt, da gibt es viele, viele symbolische Schichten, die sich ineinander verkeilen und verkannten und wer da irgendwann nochmal den Überblick bewahrt, der kriegt einen Orden. Ja, also das Christentum hat die heidnischen Kulte, wenn nicht ausgemerzt, dann doch christlich übertüncht und in ihre Kultur übertragen. Es ist aber wichtig zu betonen, dass Weihnachten nicht gefeiert wird, seit es das Christentum gibt oder Ostern nicht gefeiert wird, seit es das Christentum gibt. Auch wenn das heute ein christliches Gewand trägt, diese Kulte sind viel älter, auf welche Kultur auch immer es zurückgeht, vollkommen irrelevant eigentlich, weil für mich sind das alles Menschheitserben. Weihnachten ist ein Menschheitserbe. Und ich glaube, wir können festhalten, dass die Gestirne und im Besonderen vielleicht die Sonne seit Tausenden von Jahren, wahrscheinlich spätestens seit dieser Sesshaftwerdung, seit der sogenannten Zivilisation vor 10.000, 12.000 Jahren, für die nämlich bäuerlichen Kulturen die Sonne eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, weil es die Existenz betraf, Christopher hat das schon gesagt, wenn die Sonne nicht scheint, kann ich nicht anbauen als Bauer, dann habe ich ein existenzielles Problem. Deswegen ist es von größter Bedeutung, dass die Sonne jetzt wieder aufsteigt, die Tage wieder länger werden und jetzt die helle Jahreszeit und warme Jahreszeit wieder kommt. Und wir können durch die Jahrtausende hinweg beobachten, von welchem außerordentlichen Stellenwert die Sonne in den Kulturen ist. Stonehenge ist ein Beispiel, die Himmelsscheibe von Nebra ist auch ein Beispiel. In der Bronzezeit, wo es so viele Abbildungen von Thor gibt, da gibt es in Tanum diese Sonnendarstellungen, unfassbar viele. Wir haben den Sonnenwagen aus der Bronzezeit. Die Sonne spielte im Leben der Menschen immer eine herausragende Rolle und das ist am Ende der Ursprung unseres Weihnachtsfestes, einfach die Verbindung des Menschen mit seiner Umwelt und mit der Natur und mit dem Kreislauf der Dinge. Also, ich wollte gerade sagen, wenn das kein schönes Schlusswort ist, lasst die Sonne wieder mehr in euer Leben. Ja, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt leider am Ende unserer Zeit nach der kurzen Unterbrechung. Das war doch nochmal, ja, ich glaube, ganz wichtig am Ende, diese Fragestellung, woher kommt das Weihnachtsfest und dass man doch vielleicht mal nachhaken kann, was diesen Ursprung betrifft. Ich danke euch beiden sehr. Das war wirklich ganz, ganz spannend und sehr interessant. Und ich denke, für unsere Zuhörer auch. Und ja, sage dann, bis bald und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.